Und dann darf ich noch für Servus eine Veranstaltung ankündigen und ganz kurz zur Erklärung, diese Kooperation mit dem Datenzentrum hat einen Hintergrund und zwar es gibt eine Künstlerin, die Christina Gruber, die aktuell Artist in Residence bei Servus bzw. beim ArtMids Radical Openness Research Lab von Servus ist und die hat eine neue Wolkenart erforscht, die durch die Wasserkühlung von diesen Datenzentren, also Datenzentren werden normalerweise mit Wasser gekühlt und dann entsteht Dampf und so entsteht diese neue Wolkenart. Die hat die erforscht und mit dieser Gruppe, also mit dieser Künstlerin sind wir dann eben auch beim Datenzentrum und Nationalfeier, da gibt sie dann noch einen Workshop bzw. eine Guided Tour zu drei Linzer Orten, an denen Wolken beobachtet werden können. Mehr Infos und Anmeldungen auf servus.de Gibt es sonst noch jemanden? Ja?